Hier ist natürlich auch ein Tardock, natürlich, ne. Ähm... Dieses... Der... B8... Ne. Ja. Ähm... Das kennt man natürlich auch. Oh, hier ist natürlich nie... Ähm... Für die Liebe, ne. Äh... So, äh... Beutel ist leer, jetzt machen wir die Dinger wieder rein. So, jetzt habe ich hier natürlich einen Beutel. Einen Zauberbeutel, ne. Das kann... Das kann eigentlich nur ich. Das ist der... BA-16-Zaubertricks-Schule, hier, ne. Also, wenn ihr mal Zaubertricks braucht... Schaut mich an. In der Zauber-Schule. Ne, also... Jetzt machen wir mal einen Zaubertrick. Ich pack... ähm... Ich fasse die Dinger nicht an. Ne. Ich fasse die Dinger nicht an. Plötzlich sind die dann hier drinne. Ne. Also, wenn ich schnipse, dann sind die alle drinne. Okay. Also, guckt genau hin. Es klappt. Das klappt. Das klappt danach. Ja. Viel Spaß. Also, ich... Ich schnipse. Und... Ich schnipse. Ich schnipse. Ich schnipse. Ich schnipse. Was ist denn jetzt los? Wo ist das jetzt? Ich habe einen Zaubertricks gemacht. Guck mal, das funktioniert. Von den... Von den... Von den Dosen hier. Und jetzt ist die Drennale. Ja. Oh. Der Zaubertricks. Die Dose waren nicht hier. Das geht nicht. Das geht nicht. So. Oh, jetzt zeig ich euch mal. Ah. Könnte mein Bruder sein. Ja. 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 Bruder hat. Ja, ja. Ja, ähm. Ich möchte die noch sehen. Ja, ja. 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 Spaß von Seite, ne? Also, wir sind jetzt hier im ersten Video, ne? Also, im ernsten Video, ne? Also, im ernsten Video, ne? Jetzt freue ich es mir. Ne? Also, ich erkläre ich euch das mal. Jetzt bin ich ganz ernst. Ich kann nicht ernst, nein. So, jetzt erkläre ich es eigentlich mal, ne? So, jetzt erkläre ich es eigentlich mal, ne? Also, ne? Ja, ich bin nett. So. Ne, ähm. Muss man ein bisschen im Ohr gemacht haben, ne? Weiß man mal Kollegen? Das muss man da machen sollen, ne? Das hat nur Zeit, ne? Ja, ähm. Es ist ein, also, da kommt natürlich dieser Tabak rein, wo er, äh, von der Shisha, warte? Ich hab eine Tonne. Ähm. Da kommt natürlich die Asche rein. Ich mache auch manchmal der, äh, die, der Tabak vielleicht manchmal. Ach ja, ähm. Ich höre jetzt mal eine Züche wieder hin, so einen Krug, dann kommt da auch ein Rauch raus. Dann machen die so. Oh, das glaub ich nicht. Ich hab da schon gemacht. Ich hab da irgendwie ein Interpol. Äh. Indien. Ui, ich krieg da bald, äh, ich krieg der bald nach Indien. Dann leg ich das von meinem Kussler aus. Dann mach ich zum Flugzeug. Geistergeschichte. Ja. Ähm. Was wollt ihr noch sehen? Hm. Spaß beiseite hier, aber jetzt reicht's hier, ne? Also jetzt ist ein Alkohol unter 18 Jahren nicht geeignet. Natürlich, ne? Ähm. Es ist eine Stickflasche, ne? Es ist Alkohol. Ähm. Ähm. Wenn du fast zwei Stückchen trinkst, das ist total dichter, ne? Dann kannst du gar nicht mehr nach Hause, ne? Ja, ähm. Also könnt ihr nicht kaufen, ne? Also... Unterlass das bitte. Ich hab's jetzt auch noch nie getrunken. Doch. Zweimal. Ja. Ja. Sondern... Pferdachbunker. Ja. Ähm. Ja. 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 Das heißt, dass jetzt hier ein bisschen Wärme für Kinder und meine Videos gucken bestimmt auch Kinder an, ne? Ich bringe ja die Kinder drauf auf mein Video und mein Video. Warum raucht denn da Schüsse aus? Oh, das muss ich auch mal ausprobieren. Das wird sich so ein Stapel im Mund. Oh, das kommt drauf aus. Das ist deine Haftung. Ja. Ein Kinderdrucker, das ist immer gekauft, ne? Jetzt habe ich jetzt Fähres Timobossack durchstellt, ne? Ne? Mein Bodygraf, ne? Ne? Ja. Es war schon so leid, das ist für Kinder, ne? Es ist ja kein Kindervideo, ne? Ne? Es ist ein schlicher Video, ne? Und kein Kindervideo. Ein Kindervideo. Jetzt probiere ich das mal mit der Nase ins Mund rauszukommen. Ne? Ja. Ja. Hat geklappt. Natürlich hat es geklappt. Wenn ich das sage, dann stimmt es auch. Eure Meinung. Ja. Meine Meinung ist es so rauszukommen. Super, Stier. Ja, das ist ein Stier. Ja. Das ist schon ein bisschen langes Video, natürlich, ne? Ähm. Wir müssen dann jetzt mal das Video beenden, ne? Ähm. Jetzt können wir schon höchstens 20 und 15 Minuten, oder 25 Minuten, können wir es gucken. Ich weiß nicht, ich habe die Kamera nicht vor mir, ne? Ähm. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dieses Shisha Teil 3, ne? Das andere Video war, ähm, ein bisschen klitziges, kleines anderes besser. Äh. Anderes. Anders. Aber jetzt haben wir es mal ein bisschen anders formuliert, ne? Ne? Ja. Aber wenn es euch gefallen hat, macht auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und, äh, abonniert mich auf jeden Fall. Mach auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und, äh. Und abonniert mich auf Instagram und auch auf TikTok. Natürlich, ne? Und ihr könnt mir auch auf Netet auch eine Anfrage schicken. Geht mich sofort an, ihr könnt mich anrufen, ihr könnt noch nachschreiben. Ich habe einen Schaden, was würde. Wenn ich nicht drehe, mache ich das immer für´s Modus, das mich immer stört. Guckt euch natürlich den Freitag an, wie ich sage, Urlohänden. Hat mir irgendwie so einen Spinner angeschrieben und mit diesem Video. Toll, ne? Also wenn es euch gefallen hat, macht ihr auf jeden Fall das Daumen hoch. Also, euer BRZ10. Tschau. Tschau.